Hallo und schön, dass du da bist. Ich bin Rico. Märchen sind toll. Heute geht es darum, wie die Hühner sich einen König wählen. Als Vorbild dafür dient ihnen das Verhalten der Frösche. Aber ob die Wahl ihres Königs eine kluge war? Wenn du kein Märchen mehr verpassen willst und den Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere ihn und aktiviere auch die Glocke. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. König Iltis von Josef Wenzig Einst wurden die Frösche mit ihrer alten Verfassung unzufrieden. Sie quakten und quakten so lange, bis sie endlich unter Qualen den langweinigen Storch zu ihrem König wählten. Als dies die Hühner und Hennen sahen, wollten sie hinter den Fröschen nicht zurückbleiben. Sie meinten, es wäre gut, wenn sie auch ihren König hätten. Sie hielten daher einen allgemeinen Landtag und begannen sich zu beraten. Alle waren bisher eines Sinnes gewesen. Als es aber dazu kam, wer König sein solle, begannen sie zu zanken und zu hadern. Denn niemand wollte dulden, dass der andere über ihn herrsche, sondern jeder hätte selbst gern über die anderen geherrscht. Es stellten sich die Hähne zum Kampfer und hackten mit den Schnäbeln aufeinander los, dass die Federn voneinander stoben und ihre Kämme bluteten. Endlich riet ihnen ein alter, weiser Hahn, es wäre das Beste, wenn sie den König Iltis zu ihrem König nähmen. Der sei ein gewaltiger Herr mit starken Zähnen, den jeder fürchte und der gewiss Ruhe und Ordnung herstellen werde. Der Rat gefiel den Hähnen, und sie sandten sogleich an den Iltis, um mit ihnen einen Vertrag zu schließen. Als der Iltis ihr Begehren vernommen, zeigte er sich sehr freundlich und bereitwillig. Er versprach ihnen auch, sie vor dem Hühnergeier, der ihre Kinder vortrage, vor dem Marder, der ihre Eier austrinke, und vor dem Spatzen, der ihnen die Körner vor der Nase wegstehle, zu schützen, und verhieß ihnen, die schönen großen Hähne zu seinen Kammerherrn zu machen und zu anderen Würden zu erheben. Allen gefiel, was er versprach, den Hennen und den Hähnen, und so setzten sie den Iltis feierlich auf den Thron und waren froh, dass sie einen so mächtigen und gütigen König hatten. Es währte nicht lange, so gelüstete den Iltis nach einem Huhn. Um die Gemüter nicht gleich durch offenbare Gewalt zu erbittern, beschloss er, unter einem tauglichen Vorwander, ein Huhn tot zu beißen und dessen Blut auszusaugen. Er ließ daher einen schönen, fetten Hahn vor sich rufen und fragte ihn, ob er was rieche. Der Hahn war eine gute, ehrliche Haut und sagte aufrichtig, »Verzeiht, Herr König, ich rieche etwas, das entsetzlich stinkt!« Es war dies der Gestank, den die Iltisse gewöhnlich verbreiten. »Du unverschämter Wicht!« fuhr der Iltis auf. »Das wagst du deinem König ins Gesicht zu sagen?« Und Schnaps biss er ihm den Kopf ab und sog ihm das Blut aus. Dann ließ er einen zweiten Hahn rufen und fragte ihn gleichfalls, ob er was rieche. Der Hahn, der seines Kameraden Leib ohne Kopf da liegen und des Iltis Maul von Blut triefen sah, merkte, dass es übel mit ihm stehe. Er begann vor Angst am ganzen Leibe zu zittern und vermochte kein Wort über die Lippen zu bringen. »Warum zitterst du?« fragte ihn der Iltis streng. »Mehr scheint, du hast kein gutes Gewissen. Sprech, was riechst du?« Der Hahn raffte alle seine Kraft zusammen, verneigte sich tief und sagte mit feiner, süßer Stimme, »Herr König, ich rieche etwas, das wunderlich duftet.« »Tückischer Verräter!« rief der Iltis zornig. »Du willst deine Erbärmlichkeit mit Schmeicheleien beschönigen?« Und Schnaps biss er ihm den Kopf ab und sog ihm das Blut aus. Der Iltis hatte zwar schon zu Genüge. Allein das Spiel mit den Hähnen machte ihm Vergnügen. Drum ließ er noch einen dritten Hahn vor sich rufen und fragte ihn ebenfalls, was er rieche. Der aber war pfiffig. Er sah zwar die zwei Leichen ohne Kopf und bemerkte Blut an des Iltis barter, doch tat er nichts dergleichen. Er verneigte sich einige Male nach Gebühr und erwiderte dem Iltis vorsichtig, »Verzeiht, Herr König, das Wetter ist schlecht, ich hab einen furchtbaren Schnupfen.« Der Iltis, der sah, wie klug sich der Hahn aus der Schlinge ziehe und dem gerade nichts anderes einfiel, was er gegen ihn vorbringen könnte, lächelte Holtreich und entließ ihn in Gnaden. Danke fürs Zuhören. Wenn dir das Märchen gefallen hat und du noch nicht schläfst, würde ich mich über einen Daumen nach oben und einen Kommentar freuen. Und falls du noch nicht schlafen kannst, findest du hier ein weiteres Märchen. Bis bald.